hallo was geht und willkommen zu einem weiteren video hier auf dem fokus channel heute mit den fifa jungs ne alle cracks hier denn die macht gerade pause denn die macht vortrag an seiner schule das ist ein super info schon wieder wer ist denn alles am start ja die wissen schon wenn ich das sage erraten jetzt teams nach flaggen also wir kriegen eine startelf da sind wir nur die nationalität von den spielern und da müssen wir raten wer das sind und ich glaube das letzte mal habe ich gewonnen das bin ich mir sicher ich habe jetzt auch viel spaß beim video ja ich stelle jetzt gleich in mein screen sind ein paar teams bei die sind einfach machbar easy peasy und dann so ein paar knaller auch dabei mal ein guter mix ich zähle von fünf runter wenn einer stopp sagt dann geht los stopp fünf vier drei zwei eins go aufgeschrieben ich habe einfach hätte ich hab barca aufgeschrieben jetzt so richtig ist auch barca mehr als lf dem beli dem beli naja wegen fifa dachte doch und rf hat er schon gespielt ja doch jetzt gegen real oder das war ja ich habe das ist doch gestern die aufstellung mit dann ja das lübde jongen richtig wegen dann die albis habe ich den mit reingenommen fand ich lustig okay team zwei was denn das ja aber das ist doch viel viel zu haben habt ihr es oder was ist das denn deutsche deutsche hey was ist das ich weiß es gar nicht ich weiß auch nicht boah ich schreibe auf stopp ja aber wenn du falsch hast minus 1 aber wenn ich falsch habe minus 1 ja ja dann nicht dann sage ich ja okay ich habe keine ahnung ich weiß ich weiß es nicht ja wollt ihr alle was aufschreiben ohne minuspunkt einfach ja ja ich lasse mich kurz das ist kurz noch ein sekunde überlegen ich habe was aber das kann es nicht sein ich habe das sogar stopp okay fünf vier einfach sagen sie aufgeschrieben das sind die nicht eins okay mo dann sag doch mal das ist kainz und modest das köln ach das ist köln das ist richtig du da ich hab ja ex hertha spieler hier sogar noch mann du da her ich habe einfach überlegt wer raute spielt eine bundesliga ja gut wie komme ich nicht auf köln alter das ist peinlich okay team drei boah das ist stopp stopp fünf vier drei zwei ja ja dann macht kurz aufschreiben ja dann sagt einfach ihr beide hinter ja hinter war bei mir unter bei mir auch runter also in der aufnahme victor sieht man eine whatsapp nachricht von marcel hast du überhaupt einen führerschein ich habe wieder eine sprax hat ja cool inter ist richtig ja die haben mit alexis sanches mal wieder gespielt viertes team ich doch schon ne stopp was da deiner stopp 4 3 2 1 ich hab nichts habt ihr irgendwas aufgeschrieben wer hat den stopp gesessen zu spät auf jeden fall juve ich habe auch juve ich habe auch ja ist wie mit kennny als rm gezockt ja ich frage mich nicht die haben das ist das bringt einen durcheinander ich habe erst mal schelzi aber die spielen ohne argentinische stürmer ohne sind danach es gibt ja drei italiener spielen immer dabei ja ich hab keine ahnung was sie da machen weil juve aber mckennie ist jetzt er auf frankreich angelehnt 2018 ein bisschen verzweifelt okay fünftes team und das sage ich euch wird glaube ich keiner ahne doch das ist noch machbar stopp naja obwohl ne dann muss ich ja ja ich weiß nicht soll ich mich trauen ja so nein ich habe eine idee aber soll ich mich trauen da ich freue mich nicht stopp zu rufen ich halt jetzt einfach was ist das was soll das sein bitte ich weiß nix komm weg ok dann stopp ich jetzt einfach mal hat denn irgendjemand was aufgeschrieben was aufgeschrieben aber irgendwas hast du ich habe west ham und southampton einfach beide machen jawohl ja und wer interessiert ich habe southampton okay dann nehme ich southampton ja ich habe wort fort wort fort ist glaube ich nicht richtig was hast du denn wo oder es ist zahl kann nicht sein aber die hat mir schon ich habe lied sein für irgendwas es ist als rom oh mein oh mein gott mit small ich habe ruhig gesagt aber ich wusste nicht wo der spielt gerade ich kann es ruhig raus suchen ja das ist tumori und abraham nee nicht tumori der spielt nicht bei romen das vorlieg ist das wer ist der rest italiener woher und spiel mehr engländer als italiener da der heißt wie heißt er wie heißt der mann zum glück was gibt es wie abraham im sturm maidland maidland niles er ist auch hingewechselt was digga da spielen ja echt nur engländer was denn da los morinio der hat einfach die premier league mitgenommen aber zum glück habe ich einfach nicht stopp gesagt wo ist der mit gitarien ja rm das fragezeichen das wäre sonst sehr offensichtlich richtig gut dann vorletztes team jetzt schade dass du nicht stopp gesagt und da freunde war ich komplett raus als ich das gesehen habe viel spaß was soll denn das schon wieder für eine stadt was soll denn das passiert jetzt hier beim letzten mal waren die teams übertrieben einfach und da dachte ich da grabe ich mal ein bisschen dieses mal ich kenne nicht mal einen aus dem rechten ich weiß nicht mal aus welcher liga das ist weil die nationen einfach das sind elf nationen also ich kann euch ich habe so eine kasse idee stoppen okay für mich stopp vier drei zwei eins aufschreiben ich glaube ich selbst richtig klappt das ich habe nicht richtig okay 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 luka sagt valencia was hast du elias wir es ist valencia spielt doch da hier wie heißt der ich hatte auch erst mal zu wir gesagt wegen delaney aber das ist das ist nicht delaney das ist was das ist richtig ja ich weiß ich habe man sie wieder gedacht wegen delaney aber es ist nicht so wir auch mal paraguay ja paraguay in verteidigung okay letztes team das mir raten wir sind wieder in italien ja so ungefähr stopp 5 4 3 2 1 aufschreiben irgendwas rein okay was hast du ehrlich du hast der erste stopp leicester ich habe auch also ihr beide style und mo western ja das ist richtig zu check lancini benzo aber er hätte auch kette leicester sein können vielleicht außer argentin und irgendwas obwohl er das ist mein fm team aber deswegen wusste ich das auch wegen so was geht ab ich bin back to back sieger in diesem format ich glaube das liegt mir wenn euch das video gefallen hat lasst auf jeden fall like da kommentiert gern wie viel ihr falsch hattet aber ehrlich jetzt nicht sagen ich habe alles richtig und ja schalte euch die anderen videos an lassen aber da tschüss